Hey Leute und willkommen zum zweiten Teil meines Re-Uploads vom letzten Livestream bzw. meinen ersten Livestreams hier auf diesem Kanal. Das Ganze musste ich hier von YouTube auf Instagram switchen, weil das Ganze nicht so funktioniert hat. Wenn ihr noch nicht wisst, worum es da ging, dann schaut euch auf jeden Fall den ersten Teil an, da wurden schon echt viele Fragen beantwortet. Und wenn ihr das dann getan habt, dann schaut euch diesen zweiten Teil hier an. Das war nochmal eine echt schillige Runde. Ich wollte einfach nochmal die Möglichkeit geben, für die Leute, die nicht dabei waren, das Ganze einfach nochmal nachzuschauen. Und vielleicht konnten ja einfach ein paar Fragen von euch beantwortet werden. Wenn noch ein paar fehlen, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Das lässt sich sicherlich beantworten bei einem nächsten Livestream. Da habe ich nämlich voll Bock drauf, das hat so Spaß gemacht. Auch wenn irgendwann meine Stimme so richtig kratzend war. Also gönnt euch jetzt auf jeden Fall den zweiten Teil. Ich labere nochmal nicht länger, es geht los und bis dahin. Aber ich sehe so fertig aus und ich bin so rot wie eine Tomate. Liegt einfach an der Hitze. Werde ich wahrscheinlich in Asien auch so aussehen. Aber gut, da kann ich ja auch jeden Tag baden gehen im Fluss oder so. Oder dann im See. Ja, ich kann euch auch mal was fragen, weil mich würde echt interessieren, ob ihr vier, die jetzt online sind, regelmäßig meine YouTube-Videos schaut. Und wenn ja, über was schaut ihr es dann? Also guckt ihr zum Beispiel, habt ihr mich auf Twitter geaddet und seht dann, ah, ich habe da ein neues Video geladen. Oder direkt über YouTube oder über Instagram oder Facebook habe ich nämlich auch. Oder auch Snapchat habe ich auch. Also, ja, das würde mich ganz kurz von euch interessieren. Woher sozusagen ihr die Infos bekommt, dass ich ein neues Video geladen habe. Und ob ihr so regelmäßig meine Videos guckt. Das fände ich ganz interessant, einfach mal so. Und Tessa würde das Thema Ernährung interessieren. Okay. Ja, gerne. Also, ja, ihr könnt mir auch einfach währenddessen nicht Quatsch wieder was schreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Würde mich echt interessieren. Weil das auch immer wieder so eine Frage ist, wie viele Leute kommen über die Links sozusagen auf meinen YouTube-Kanal. Genau. Okay. Okay. True Dream schreibt, ich habe dich vor kurzem auf Instagram entdeckt und bekomme die Infos durch Instagram. Okay, gut zu wissen, denn da bin ich mir immer nicht ganz so viel sicher, wie viele Klicks über Instagram kommen. Gut zu wissen. Und, ja, um auf Tessas Frage antworten zu können. Thema Ernährung. Ich quatsche einfach mal darüber, wie es aussieht, wie ich mich ernähre. Finde ich eigentlich ganz interessant. Denn ich habe, ja, ich bin Vegetarier. Ja, genau. Sorry, ich habe noch was gelesen. Ich bin Vegetarier. Aber auch irgendwie eher so... Ja, ich kann es gar nicht beschreiben, warum ich genau Vegetarier bin. Also, es ist eher so ein Prozess gewesen. Seit Anfang diesen Jahres, weil ich habe die letzten zwei Jahre fast kein Fleisch gegessen, aus ethischen Aspekten, so. Also, ich... Der große Teil ist für mich einfach, dass ich sage, ey, ich könnte... Ich könnte kein Tier selbst töten. Warum sollte denn also andere Leute dafür bezahlen, dass sie ein Schwein schlachten oder so, wenn ich es nicht selbst könnte. So, das ist mein Grund und ich finde es einfach nicht gut, Tiere in Käfigen zu halten, wo sie kein Tageslicht sehen und von der Mutter getrennt werden. Ich war ja letztens auf dem Biobauernhof, da ist das schon besser. Aber trotzdem werden die Kälber nach wenigen Tagen von der Mutter getrennt und... Genau. Deswegen esse ich einfach kein Fleisch. Seit diesem Jahr davor fast gar nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, Veganer zu werden, bin aber bis jetzt einfach zu faul. Ehrlich gesagt. Also, ich esse richtig gern vegan. Wenn mir das gekocht wird oder wenn ich irgendwo essen gehe, esse ich fast immer vegan. Aber, ja, zur Zeit ist es einfach Faulheit, dass ich nicht vegan bin, so. Ja, aber ich komme mit jedem klar. Also, der Großteil meiner Mitmenschen isst Fleisch. Du kannst nicht nachvollziehen, warum ich kein Fleisch esse. Aber auch viele Freunde sind Veganer und Vegetarier. Achso, danke erstmal, wie ihr sozusagen auf meine Videos aufmerksam werdet. Dazu habt ihr geschrieben, dass... Ja, Instagram über Snapchat und YouTube direkt, Tessa. Cool, dass du eine Nachricht bekommst, wenn ein Video von mir online kommt auf YouTube. Denn es ist halt immer schwierig, alle Leute zu erreichen. Ist natürlich auch so eine Sache, wen interessiert jetzt was. Aber es ist cool, dass du die Nachrichten, eine Benachrichtigung anscheinend auf meinem Kanal eingestellt hast. Freue ich mich wirklich sehr. Ja, auch wenn es ein paar andere machen wollen, auch immer gerne. Und genau, hier wurde ich gefragt, schaust du Game of Thrones? Nee, gucke ich nicht. Aber aus dem Grund, weil ich noch keine Zeit hatte, weil ich voll der Serien-Junkie bin und immer irgendwie Serien am Start habe. Ja, also Person of Intros gucke ich zum Beispiel gerade. Und dann gucke ich noch Pretty Little Liars. Genau, das gucke ich zur Zeit. Und sonst gucke ich richtig gerne so Vikings, habe ich aber schon seit ein paar Monaten nicht geguckt. Und Game of Thrones steht auf meiner Liste. Und das ist immer so ein spontanes Ding. Ich weiß es gerade gar nicht, was mich alles so interessiert. Ich gucke ja auch gerne so Kriminalserien aus den USA. Danke fürs Herz. Und Lilly schreibt, die Klassenfahrt in die Sächsische Schweiz war aber nicht so schön. Und ich gucke deine Videos immer mal wieder. Zwei, dreimal hintereinander tatsächlich erscheinen deine Videos bei mir als Vorschlag bei YouTube. Ach, cool. Die Sächsische Schweiz, da fahre ich ja morgen hin. Und Lilly, müsst ihr wissen, das war eine alte Klassenkameradin von mir. Die, ja, da waren wir in der 8. Klasse auf Klassenfahrt. Und ich habe da so gemischte Erfahrungen mit gemacht. Die 10. Klasse war auf jeden Fall cooler. Da hatten wir auch eigene Bungalows. Und, ja, aber trotzdem, ich fand es ganz cool. Und, ja, hi, eine unendliche Weltreise, äh, eine unendliche Weltreise will ich schon sagen. Eine unendliche Reise. Cool, dass ihr dabei seid. Sind gute Bekannte irgendwie von mir geworden, so über YouTube. Freue ich mich voll, dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass ihr auch wieder in Deutschland angekommen seid, aus Australien. Heil nach den Basejumps und Tauchen und sonst was. Cool, cool. Ja, und ich bin seit 21 Uhr live. Ich war auf YouTube, aber es hat nicht ganz so funktioniert. Ich bin nicht so technikversiert. Naja, auf jeden Fall. Danke, danke, danke für die ganzen Herzen. Ich freue mich. Ähm, genau. Aber ich werde das nochmal mit YouTube versuchen. Einfach in der nächsten Zeit, damit es einfach auf meiner Weltreise auch klappt. Ähm, genau. Das soll einfach klappen auf Weltreise, dass ich da ordentlich live streamen kann. Das hat vorhin ja nicht so funktioniert. Immer nur so kurz. Ähm. Und Tessa schreibt, war bei mir genauso. Ich bin auch seit ca. 6 Monaten vegetarisch unterwegs. Ja, cool. Ist ja immer ganz nett, Gleichgesinnte zu treffen. Schränkt mich auch ehrlich gesagt im Alltag eigentlich gar nicht ein. Auf jeden Fall hier nicht in Deutschland. Ich denke, in Asien wird das in etwa gleich sein. Zumindest in den buddhistischen Ländern. Vegan ist dann da schon ein bisschen was anderes. Da muss ich mich mal ausprobieren. Da ich mit einem Kumpel mich in Thailand treffen werde. Der ist Veganer seit einem halben Jahr. Und ja, der will jetzt natürlich auch bleiben. Und mal gucken, wie es so wird. Pretty Little Eyes ist toll. Ja, ich finde es ganz lustig. Ich gucke das wegen meiner Freundin. Und bin jetzt voll gehypt. Aber meine Freundin ist ja gerade heute in Urlaub geflogen mit ihren Eltern. Und da darf ich nicht alleine weiter gucken. Ich habe jetzt voll einen Suchtfaktor. Und von Tessa ist... Ja, ich habe die Benachrichtigung bei YouTube aktiviert. Besonders die Weltreisevideos interessieren. Cool. Freut mich wirklich sehr, wenn jemand die Benachrichtigung extra aktiviert hat. Ich werde auch, denke ich, direkt, wenn ich den Flug sozusagen mache, schon mal ein bisschen was schneiden. Und dann soll die ersten ein, zwei Tage, soll direkt das erste Video online kommen. Aus einer Stadt, die ich wirklich noch nicht verraten werde. Denn dazu kommt auch demnächst noch ein Video auf meinem Kanal. Und ja, das soll natürlich auch nochmal alle mitbekommen. Lichtkämpfer. Ich bin auch am Start. Cool. Freut mich. Schön, dass es euch gut geht. Jetzt heißt es Bilderscan. Ja. Ja. Puh. Mir ist ganz schön warm. Ich freue mich echt, dass so viele Leute hier eingeschaltet haben. Bei YouTube hat das ja nicht so funktioniert. Da war ich ja dauernd offline. Und ja. Mr. Notgood, mein Kumpel, schreibt, was nimmst du für Proviant auf die Weltreise mit? Ich weiß nicht genau, was du mit Proviant meinst. Meinst du Essen? Oder meinst du Ausrüstung? Das müsste ich nochmal wissen, weil sonst kann ich es nicht beantworten. Und Bär in der Tasse fragt, hast du eine Freundin? Also Mayulefe. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Eine sehr tolle Freundin. Ich bin sehr stolz, sie zu haben. Und ja, glücklich. Und sie kommt mich auch auf Weltreise besuchen für die Leute, die jetzt neu eingeschaltet haben. Genau. Und Tessa schreibt. Tessa, voll cool, dass du auch so viel schreibst. Und generell, dass ihr so aktiv in den Kommentaren seid. Also neun Leute und immer so Regenverkehr. Das freut mich wirklich sehr, dass er schreibt, dass sie gespannt ist, wie es mit der Ernährung auf der Weltreise funktioniert. Ja, aber bin ich auch. Bin ich auch, weil ich werde, ja, sehr wenig selbst kochen, sehr wahrscheinlich. Werde dann mit anderen Backpackern ein Hostel zusammen oder so, denke ich. Und dann, genau. Es ist halt alles so eine Mutmaßung. Ich weiß ja gar nicht, wie alles sein wird. Vielleicht wird es ja auch ganz anders sein. Und ich esse auf einmal Fleisch. Keine Ahnung. Genau, aber eigentlich, ja, Fleisch ist für mich abgeschrieben. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Und das soll auch so bleiben. Mayulefe, dir geht es nicht so gut. Das ist schade. Ich hoffe, dir geht es dann auch bald wieder besser. Und vielleicht YouTube-Videos schauen zum wieder gut drauf sein. Vielleicht hilft es ja ein bisschen. Mir hat es nämlich auch durch eine schwierige Phase geholfen. Wo es mir wirklich nicht gut ging, eine längere Zeit. Ja, habe ich dann immer YouTube, weiß ich nicht was gesucht. Alles Mögliche. Und das hat mich einfach abgelenkt. Vielleicht hilft es dir. Das würde mich sehr freuen. Ja, genau. Und eine unendliche Reise. Putze ich gerade die Zähne. Cool. Sehr cool. Zähne putzt, das ist wichtig. Ja, ich habe nämlich eine Bambuszahnbürste. Putze mir damit immer die Zähne schon seit zwei Jahren. Also natürlich immer mit einer neuen, so alle vier Monate in etwa. Passt echt gut. Also den Bambusstab, sozusagen, wo man das ja dann festhält, das kann man einfach auf den Kompost werfen. Das verrottet, das ist total cool. Und das wenige Plastik, was vorne dran ist, bei den Borsen, das werfe ich dann halt auf den Plastikmüll. Genau, also ich werde auch auf Weltreise einfach ein bisschen, also auf jeden Fall nachhaltiger unterwegs sein. Da werde ich auch nochmal ein paar Tipps geben, wie man so nachhaltiger auf Reisen unterwegs sein kann. Das ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Julius guckt zu und WWF Deutschland. Da freue ich mich natürlich richtig, richtig doll, dass ihr beide zuguckt. Also ich weiß ja nicht, wer bei WWF da zuguckt, aber sehr schön, freue ich mich sehr, denn ich spreche auch, muss ich nochmal kurz intervenieren für den WWF, denn ich war jetzt am Wochenende, äh am Wochenende, am Donnerstag auf dem Biomilchbauernhof und ich werde ja auf Weltreise gehen. Und da möchte ich eben auch bei WWFs weltweit mal reinschauen. Und ja, gerade bin ich in Kontakt mit dem WWF in Vietnam und das wäre natürlich cool, wenn das da irgendwie eine kleine Praktikumsstelle bei rausspringen würde. Wollte ich nur mal so sagen, für die, die es nicht mitbekommen haben, hat sich zur Zeit ein bisschen ergeben. Mit denen habe ich auf Instagram geschrieben und dann haben sie gesagt, ja, schreib uns mal eine E-Mail und vielleicht passt das ja. Das wäre natürlich sehr cool. Genau. Und Mayulefe fragt, Mayulefe fragt, ist deine Freundin glücklich mit der Weltreise? Ähm, nee, ist sie nicht. Ehrlich gesagt nicht. Kann ich voll verstehen. Sie gönnt mir die Zeit, dass ich das auch machen will. Sie weiß, sie kennt mich seit ein paar Jahren und weiß, dass ich das machen will. Aber glücklich, dass ich so lange weg bin, ist sie nicht. Also sie freut sich, dass ich das mache, weil sie weiß, dass ich meine Dinge auch durchziehe. Aber sie freut sich eben nicht, dass ich so lange weg bin. Vor allem so weit, weil sie durch ihre Ausbildung auch eben Probleme hat, da längere Zeit zu mir zu kommen. Also das Längste, was sie zu mir kommen kann, sind zwei Wochen durch die Ausbildung. Das ist sehr schade, dass der Arbeitgeber nicht so cool. Genau, aber ich freue mich einfach, dass sie vorbeikommen möchte, obwohl sie Flugangst hat. Das ist, ja, weiß ich sehr zu schätzen. Wie war mein Abi-Schnitt? Also NC. 2,4. 2,4, ja. Und ohne die Abi-Klausuren wäre ich bei 2, doch, bei 2,1. Ne, 2,3 hatte ich. 2,3 hatte ich als Durchschnitt. Und, ja, ohne die Abi-Klausuren wäre ich bei 2,1 gewesen. Aber ich habe mir auch keine Mühe, ehrlich gesagt, bei der Schule gegeben. Das war mir immer so relativ egal. Ist kein Vorbild, ich weiß. Aber Schule hat mich nicht so gejuckt. Ich habe auch nicht so viele Freunde in der Schule gehabt. Das war eher so außerhalb. Da hatte ich immer meine YouTube-Gang in ganz Deutschland verstreut. Und dann war ich eher bei denen. Das war okay. Und Lichtkämpfer sagt, ich soll seine Freundin grüßen. Und dann dissen sie sich gegenseitig. Ja. Also, Grüße gehen an der Speite raus. Schaust du Filme oder doch lieber Serien? Fragt Tessa. Ich gucke wirklich voll gerne Serien. Ich habe, ich muss ja keine Werbung machen, so verschiedene Anbieter. Die bekanntesten, kann man auch so sagen. Auf jeden Fall. Die habe ich beide. Aber am liebsten schaue ich wirklich Serien. In letzter Zeit, weil vorher hatte ich nicht den Zugang dazu, seitdem ich bei meiner Freundin wohne. Jeden Abend Serie. Person of Interest, Pretty Little Liars und so und so weiter. Und Filme gucke ich total gerne, aber da habe ich einfach so meine Favoriten, die ich gerne gucke. Sowas wie Fast and Furious und Herr der Ringe. Und ja, Herr der Ringe liebe ich. Boah, Leute, Herr der Ringe ist awesome. Awesome. Genau. Und noch eine Frage, wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema Nachhaltigkeit? Thema Nachhaltigkeit ist ein wirklich wichtiges Thema bei mir. Ich bin ja ehrenamtlich bei der WWF-Jugend aktiv, seit sechs Jahren. Und es hat halt angefangen mit Massentierhaltung, so mein Interesse, und mit Regenwaldschutz. Deswegen möchte ich auch in die Regenwälder Südostasiens gehen, die letzten verbliebenen Regenwälder. Aber, sorry, ich bin ein bisschen geistesabwesend. Ich bin echt ein bisschen zerstört. Also mit Nachhaltigkeit beschäftige ich mich so seit zwei Jahren etwa. Und ich hatte ja auch vor drei Monaten Experimente, habe ich komplett ohne Plastik gelebt. Also ich habe komplett auf Plastikverpackungen verzichtet, was ja in einem normalen Supermarkt gar nicht möglich ist. Und war immer plastikfrei einkaufen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da hat es so auch nochmal stärker auf meinem YouTube-Kanal angefangen, dass ich das Thema Nachhaltigkeit so mit drin habe. Und das hat mir einfach gezeigt, wie viel Müll wir produzieren. Und deswegen will ich vor allem in Asien darauf achten, so wenig wie möglich Plastik zu verbrauchen. Vor allem. Also keine Einwegflaschen mit Wasser kaufen bei Möglichkeit, sondern große Kanister, Stoffbeutel mitnehmen und so weiter. Da gibt es nochmal ein extra Video dazu. Da gibt es auf jeden Fall einiges. Und Hallo Mike von Robert. Und Tobi schreibt, hey Digga, ja cool, dass du vorbeischaust. Freut mich. Und Mario Lefe fragt, wohnst du noch bei deinen Eltern? Nee, da bin ich vor drei Monaten ausgezogen. Habe es nicht mehr ausgehalten. Ja, ich habe es nicht mehr zu Hause ausgehalten. Ich weiß nicht. Also ich habe ja mit meiner Mutter und ihrem Freund zusammen gewohnt. Das hat einfach nicht mehr gepasst. So ab irgendeinem gewissen Alter geht man einfach so seine eigenen Wege, hat seine eigenen Denkmuster und seine eigenen Vorstellungen vom Leben vor allem. Und das passt einfach nicht mehr zusammen. So und dann hatte ich halt nach einer Wohnung geguckt. Und dann kam halt in Frage, dass ich mit meiner Freundin zusammenziehe. Und deswegen wohne ich jetzt bei meiner Freundin seit knapp zweieinhalb Monaten. Genau. Und ja, hier fühle ich mich wohl. Und so lange werde ich hier einfach noch, also bis ich auf Weltreise gehe, werde ich hier noch so lange wohnen, bezahle ein bisschen Miete. Und ansonsten werde ich danach in eine eigene Wohnung ziehen mit meiner Freundin. Nochmal ein ganz anderer Schritt. Ja. So. Sieben Leute gucken zu. Um die Uhrzeit. Geil. Freut mich voll. Tessa schreibt, habe Herr der Ringe noch nicht geschaut. Muss ich echt mal machen. Danke fürs Antworten. Herr der Ringe, wirklich krasse Triologie. Auch Hobbit-Teile reißen komplett alles ab, meiner Meinung nach. Hat mich total begeistert. Deswegen würde ich auch gerne nach Neuseeland. Aber ich schaffe das alles gar nicht in diesen neun oder zehn Monaten, die ich unterwegs auf Weltreise sein will. Da muss ich mich entscheiden. Und ich meine, mein Work-and-Travel-Visa für Australien-Neuseeland, jeweils ein Jahr, kann ich auch immer noch bis 27 machen. Da ist noch Zeit. Oh Leute, mein Hals ist so trocken. Ich höre mich an wie so eine... Ja, ne? Eine unendliche Reise geht schlafen. So, wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht und viel Spaß noch. Danke. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ich hoffe, wir sehen uns bald hier in Berlin. Kommt vorbei. Ich bin bestimmt da. Hoffentlich. Und, ja, schön, dass ihr dabei wart. Und Tobi schreibt, wir müssen uns mal treffen. Stell ich gerade fest. Ja, ich habe zur Zeit so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit meiner wenigen Freizeit. Also, na okay, das ist ein bisschen falsch formuliert. Aber ich habe wirklich so viel zu tun, dass ich einfach gar nicht weiß, wie ich alles schaffen soll. Ich produziere nämlich jetzt auch demnächst Videos für andere YouTube-Kanäle. Einmal für den von meiner ÖVJ-Stelle, also meinen freiwilligen ökologischen Jahr. Ja, habe ich sozusagen Stunden für bekommen, um das zu machen. Und für den WWF produziere ich Videos. Und, ja, ich werde ja demnächst sehr, sehr, sehr viel unterwegs sein ab morgen. Da geht es dann zwei Monate komplett durch Deutschland, teilweise auch Europa. Wenn ihr dazu noch kein Video gesehen habt, schaut mal unten auf www.youtube.com slash MrShitzturm vorbei. Da gibt es nämlich eine Info, wohin ich alles reise. Das ist so krass. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich bin von den zweieinhalb Monaten, die ich jetzt unterwegs, also vor meiner Weltreise noch habe, bin ich einfach nur noch drei Wochenenden zu Hause. Und unterhalb der Woche ein bisschen. Das ist unglaublich. Also, ich bin stolz darauf, dass ich das so erleben darf. Aber das ist krass. Trink was, du Hänger. Ja, danke. Nicht gehen. Ja, wäre natürlich cool, umso mehr Leute hierbleiben. MrNotGood schreibt. Bis 30 kannst du machen. Naja, ist ja noch eine Stunde. Also, so lange kann ich wahrscheinlich nicht mehr reden. Ich muss ja noch Sachen packen für morgen. Tobi schreibt ich auch. Schade, dass du offline gehen musst, aber solange Fragen reinkommen, freue ich mich natürlich gerne. Oder, wenn ihr wollt, wie gesagt, ich spreche auch gerne über ein Thema, so wie vorhin Ernährung. Ja, es passiert einfach so viel zur Zeit mit der Weltreise. Das ist krass, wie viel es eigentlich zu tun gibt. Ach so. MrNotGood schreibt, nein, 30 Jahre beim Work-and-Holiday-Visa. Naja, umso besser. Dann schaffe ich das ja auf jeden Fall, noch zwei Jahre in Australien und Neuseeland zu leben und zu arbeiten. Umso besser. Weil, wenn ich studiere, dann bin ich fertig mit 26 wahrscheinlich. Ah, 26, 27. Und Tobi schreibt, er hat zu viel zu tun. Ach so, ich dachte, ich darf mal was trinken. Naja, gut. Ja, Studium habe ich ehrlich gesagt noch nicht so Bock drauf. Manchmal habe ich echt Zeit Bock auf Studieren. Und dann denke ich einfach so, ich habe Bock auf drei Jahre Weltreise. Einfach um die Welt reisen und gucken, was mir so gefällt, wo es mir gefällt. Und einfach da wohnen und die Leute kennenlernen. Ich würde zum Beispiel auch gerne nach Ghana. Da kommt ja mein Onkel her. Da würde ich total gerne mal hin. Aber es ist halt wieder so ganz anders. Weil da ist die Hautfarbe. Wenn ich da bin, die Hautfarbe ganz anders. Und da wird man ganz anders angeguckt. Ja, fände ich auf jeden Fall ganz cool. Afrika auf jeden Fall. Aber ja, Weltreisezeit ist bei mir auf jeden Fall begrenzt. Weil zwei Jahre um die Welt reisen würde meine Freundin nicht mitmachen. Und ja. Genau. Tessa schreibt, hattest du, hattest, oh Gott, Leute. Hattest du dir erzählt, dass du ab und zu Bücher liest? Hast du irgendwelche Buchtipps? Ähm, ich weiß nicht, ob du auf so eine Bücher stehst. Das kommt halt echt voll drauf an. Ich muss mal hier ein bisschen durch die Gegend gehen. Denn ich habe hier so ein Buch liegen. Das habe ich noch nicht ganz angefangen. Äh. Das ist Wild. Geht um eine Frau in den USA. Die ja, total vom Leben abgestürzt ist. Einfach raus will aus dem System. Und ein, ja, Neuanfang wagt. Und einfach mehrere Monate wandern geht. Ja, das wäre auch so ein Ding für mich. Aber das lese ich halt bald. Auf jeden Fall. ansonsten habe ich hier, ähm, ich lese ein Buch über Tibet gerade. Eben, wie es dazu kam, dass Tibet von, von China annektiert wurde. Und, ja, so generell die Geschichte von Tibet. Also, ich interessiere mich sehr für Landeskunde. Ähm, ja, genau. Also Landeskunde ist für mich irgendwie voll wichtig, um in ein anderes Land zu gehen, weil, ja, ich will ja auch, ja, einfach die Religion, Kultur, einfach generell, die Leute einfach besser kennenlernen. Und das, ja, da habe ich so ein dickes Buch, zeige ich gleich. Und ich habe hier, ich kann ja mal hier so drauf. Zack. Ich hoffe, man erkennt was. Hier ist ein Buch zur Transsibirischen Eisenbahn. äh, 1000 Places to See Before You Die. Ist ein richtig geiles Buch. Richtig geiles Buch. Sind so viele Reiseinspirationen drin. Ähm, teilweise touristisch, teilweise weniger. Aber ich finde es einfach mega interessant. Aber mein Lieblingsbuch zur Zeit. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten. Ähm, ich liese zur Zeit ja wenig. Ähm, nur auf, ja, auf Hinfahrt sozusagen zu meiner Arbeit. Ähm, das Teil, äh, das Tibet Buch. Und sonst lese ich viele Magazine übers Reisen. Und hier habe ich noch ein wirklich geiles Buch. Das habe ich auch schon mal auf Instagram gepostet. Hier. Weltreise. Das passt ja auch ganz, ganz gut von Lonely Planet. Ähm, da gibt es halt, also, wirklich jedes Land der Welt. Hier Afghanistan und so. Interessiert mich einer auch sehr. Aber ist durch den Krieg etwas schwierig. Ähm, Ähm, also das, das ist ein wirklich die beste Investition, die ich je gemacht habe. Ernsthaft. Das ist ein extrem geiles Buch, wo einfach alles drinsteht. Hier Moldawien, wo ich auch hin möchte. Da steht einfach so ein Einleitungstext und unbedingt anschauen und so. Und das ist halt vieles nicht so, so touristisch. Ähm, Myanmar ist zum Beispiel ein Land, das ich unbedingt bereisen will. Hier ist Bagan, die Pagodenhauptstadt. Und das ist einfach so ein ursprüngliches Land. So. Ja, und das, was ihr da seht, jetzt werden nicht mehr ganz so viele Zuschauer, deswegen ist es sehr inside. Ähm, das, was ihr da jetzt seht, hier ist ja Myanmar. Und irgendwo hier, was ihr gerade seht, da werde ich auch den Hinflug sozusagen antreten. Genau. Naja, es gibt halt echt total viele Länder, die mich interessieren, deswegen viel so eine Videos. Äh, äh, viel so eine, oh Leute, viel so eine Magazine und Bücher. Genau. Das ist eigentlich, ja, mir total wichtig, einfach die Leute kennenzulernen. Hier, Ukraine und so, ja, Europa, aus Europa interessiert mich vor. Sorry. Also nochmal kurz, äh, in meiner YouTube-Videobeschreibung ist ja immer, sind so verschiedene Dinge verlinkt. Meine Videos, Social Media Kanäle, dies, das. Und, äh, da gibt es eben auch Amazon Affiliate Links, falls ihr das schon mal gesehen habt, da kriege ich also sozusagen Provision, wenn ihr was über diesen Link kaufen würdet. ähm, also euch wird dafür kein Geld sozusagen drauf bezahlt, also ihr müsst nicht mehr bezahlen, sondern Amazon gibt mir dafür eine kleine Gutschrift von, kommt drauf an, zwischen 10% und 1%, aber 10% gibt es nur bei Kosmetik und das habe ich nicht. Ähm, also wenn ihr da mich ein bisschen unterstützen wollt, sozusagen finanziell, ohne dass ihr irgendwie Geld für mich spendet, dann geht einfach über diese Amazon Links, ähm, da, ja, das würde mich auf jeden Fall unterstützen, würde mich mal interessant, interessieren, weil die habe ich noch nicht lange und würde gerne gucken, ob das funktioniert. Und ich habe nämlich, ähm, einen eigenen Airbnb Link, wenn ihr euch über diesen Link, der in meiner Videobeschreibung auf YouTube ist, äh, einen Account macht, auf Airbnb und darüber eure erste Reise bucht, kriege ich, äh, 20 Euro geschenkt und ihr kriegt 35 Euro geschenkt. Und das ist natürlich irgendwie total cool. Das habe ich heute erst gemacht, weil ich das entdeckt habe und ich dachte mir, ja, warum nicht, wenn man, ähm, günstig verreisen will, 35 Euro ist eine riesen Ersparnis, meiner Meinung nach, dann kann man sich da auch einen neuen Account erstellen oder einen ersten, ist ja egal. Das würde mich auf jeden Fall unterstützen. naja, und, ja, 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 YouTube ist schon geil. Ja, cool, Tessa, danke, dass du da, mal vorbeischauen wirst und mich gerne unterstützen möchtest. Freut mich sehr. Ähm, das ist mir auch total wichtig, dass ich da so transparent, sozusagen, bin, weil, wenn ich daran, äh, irgendwie einen Gewinn hätte und ihr nicht, so, das würde ich doof finden. Also, ich finde es einfach cool, wenn ihr mich unterstützen wollt und, ähm, ja, Airbnb finde ich auch total sinnvoll und ich überlege halt auch noch gerade, ähm, eventuell noch eine Spendenseite zu machen, weil es einige Abonnenten einfach so bei mir gesagt haben, dass es möglich wäre, also so, man kann ja gucken, ob man, äh, Spenden reinbekommt. Ähm, ja, das ist aber, bin ich mir noch nicht sicher, weil ich will halt nicht, dass es so rüberkommt, dass, als, als wäre ich irgendwie gierig oder so, aber ich bin der Meinung, wer mir was spenden möchte für meine Reise und vielleicht sagt, so, ich gebe dir 5 Euro oder ich gebe dir 2 Euro und probiere mal das und das, kauf dir das und das zu essen und probiere das mal, so als Food Challenge oder sonst was, dann würde ich das gerne mal ausprobieren und dafür finde ich die Möglichkeit, ganz cool, deswegen werde ich mich da mal informieren. Und Tobi schreibt, jo, äh, jo, jo, wenn ich irgendwann Zeit habe, mache ich das vielleicht in Verbindung damit, dich auf Weltreise zu besuchen. Ja, das wäre natürlich cool, wenn du mich besuchen wollen würdest. das wäre natürlich besonders cool mit Airbnb, genau. Ja, ich weiß nicht, das ist total krass, also, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, eigenes Airbnb dann irgendwo zu haben, in meinem Ziel sozusagen, da werde ich ja dann, ähm, sehr wahrscheinlich erst mal Airbnb nehmen oder Couchsurfing. Ja, erst mal dazu, genau, und ich muss mal irgendwie die Hand wechseln. So, jetzt müsste man mich eigentlich weiterhin hören. Äh, warte mal kurz. Ja, mir haben nämlich schon echt viele Leute gesagt, dass sie mich besuchen wollen, und ich weiß gar nicht, ob die das alle so machen werden. Wenn alle mich besuchen kommen, wäre es mir auch zu viel, aber wenn ein, zwei Leute gerne vorbeikommen wollen, freue ich mich natürlich sehr. Ähm, das ist natürlich auch mit ein paar Kosten verbunden. In Asien ist es zwar günstig, aber die Flüge sind, wenn man spontan sein will, teuer. So, ich habe ja meinen sehr günstig bekommen. Das werde ich dann im nächsten Video verraten, wie viel ich bezahlt habe. Das war ein Schnäppchen, muss ich sagen. Und, genau. Lilly schreibt, hast du eigentlich ein Vorbild zum Thema Reisen? Ja, ich habe, ähm, durch YouTube ja schon ein paar Leute kennengelernt. Und, ja, da sind so ein paar Inspirationen, so Backpacking Simon. Das ist ein ganz guter Kumpel geworden, so, mit dem ich halt ab und zu schreibe. Der hat auch schon seine 16.000, 17.000 Abonnenten, so, und ich kenne den halt, seitdem er auch ein paar 100 Abonnenten hat. Ist ein total cooler Typ, so, der hat gerade Probleme im Iran, weil seine ganzen Sachen abgenommen wurde, sein Reisepass wurde abgenommen. Also, dieses Ding, wo man überall mit hinkommt, wurde ihm abgenommen und er kann nicht ausreisen. Richtiges Scheiß. Ähm, ja, den gucke ich richtig gerne. Der inspiriert mich sehr mit seinen Videos. Der hat mich echt dazu gebracht, einfach, zu sagen, ja, ich gehe auf Weltreise. und dann war es noch Live with Sandy and Benny. Das ist ein Ehepaar, ein junges Ehepaar, zwischen 25 und 30, die mit ihren zwei Kindern um die Welt reisen. Die haben mich sehr inspiriert. Die habe ich auch schon mehrmals kennenlernen dürfen und ein paar Tage mit denen verbracht. Die machen auch viel zu veganer Ernährung und Minimalismus und sonst was. Die sind echt cool drauf. Und die haben ein Jahr auf Bali gelebt, mit ihrem ersten Kind, als das zweite noch nicht geboren war. Und das hat mich wirklich richtig inspiriert, ähm, das einfach auch durchzuziehen. Weil die haben ihre Jobs gekündigt. Sie hat als Stewardess gearbeitet und er als Banker. Die haben ein bisschen gespart und haben dann gesagt, so, wir wollen dieses Leben nicht mehr leben, so wie es jetzt ist und wir gehen auf Weltreise. Und das habe ich einfach so gefeiert, dass ich, ja, voll die Inspiration hatte, auch zu reisen. Oh, es tut mir leid, das ist so schweizig. Und wenn ich noch so zum Thema Reisen als Vorbild habe, ähm, das war es eigentlich, ehrlich gesagt. Ich gucke ab und zu noch so ein paar Reise-YouTuber. Ähm, nehme ich aber selbst ein bisschen als Vorbild, so, weil, ja, ich informiere mich sehr, sehr viel über das Reisen für meine Weltreise. und, ich merke halt immer, wie weit, wie ich mich, also wie ich, mich einfach selbst besser und mehr erfahre sozusagen und einfach mehr Inspiration bekomme, was ich anders machen kann beim Reisen und, ich weiß nicht, alles Mögliche. also ich bin selbst auch von mir aus selbst eine große Inspirationsquelle. Hört sich irgendwie komisch an, ne? Aber, es ist echt so, dass ich von mir selbst lerne und mich selbst total inspiriere von Orten zum Beispiel, wo ich mir niemals hin hätte vorstellen können, selbst zu reisen. Aber ich habe halt in diesem Buch hier, boah, es ist so schwer, ähm, habe ich einfach gesehen und habe mir gesagt, boah, da will ich hin. Zum Beispiel Pakistan ist ein Land, das total, ja, Zwiegespalten ist. Man sagt, ja, Terrorismus ist da sehr verbreitet, also der Rückzugsstätte von den Taliban. Aber andererseits eben auch total gastfreundliche Menschen, die einfach nichts haben, so ähnlich wie in Rumänien und trotzdem einfach so viel Freundlichkeit geben da in Pakistan und da könnte ich mir halt vorstellen, ins Himalaya zu reisen. Genau. Airbnb finde ich eine super Sache, schreibt Tessa. Ja, finde ich cool. Ich werde, Airbnb habe ich schon ein paar Mal ausprobiert, aber will ich ja in Asien auf jeden Fall auch machen. Ähm, und was wollte ich sagen, genau, Couchsurfing, vielleicht kennt der, kennt ihr das ja. Das ist sozusagen die kostenlose Variante von Airbnb, habe ich bis jetzt erst einmal in Köln gemacht, eine sehr spontane Sache, war, ne, eine lustige Erfahrung, würde ich es mal nennen. Ähm, und das will ich auf jeden Fall auch in Asien machen. Das ist einfach, du schreibst die Leute an und gibst halt an, wann du da sein möchtest und fragst dann halt, ob die dich beherbergen wollen, aber das ist halt einfach, du hast keine Buchung. Ähm, ja, du hast keine richtige Buchung. Also, die Leute können dir auch zwei Stunden vorher absagen, wenn sie keine Zeit haben oder keine Lust. Das ist halt ein bisschen, ne, aber man kann echt coole Leute kennenlernen. Und Tessa schreibt, ich wurde von dir und noch einem anderen YouTuber, André Tams, inspiriert zu reisen und die Welt zu sehen. Ja, wow, da freue ich mich richtig, dass du das sagst, dass du auch von mir inspiriert wurdest. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das immer so in den Videos rüberbringe, wie fasziniert ich wirklich von der Welt bin. Ähm, ja, ich glaube, das wird nochmal ganz anders, wenn ich auf Weltreise bin. Da werde ich, glaube ich, auch nochmal viel lockerer. Jetzt so im Livestream merke ich auch, ähm, ja, es wird alles live gesendet, aber ich merke auch, dass ich da viel lockerer werde. Ähm, genau. André Tams, ja, cool, der geht ja, glaube ich, heute auf Weltreise nach Südafrika, finde ich auch mega cool. Dann geht er nach Namibia, Botswana und Zimbabwe und so, finde ich geil, 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 auf jeden Fall. Ich bin auch mit dem Typen in Kontakt. Ähm, vielleicht lässt sich das ja einrichten, dass man sich trifft in Asien. der will ja auch nach Indien und Malaysia, ich glaube Malaysia, Singapur, genau, Singapur werde ich auch mit einem Kumpel auf jeden Fall hin, ähm, für ein paar Wochen oder ein paar Tage, weiß ich noch nicht. Äh, cooler Mensch auf jeden Fall. Hätte ich gar nicht gedacht, am Anfang dachte ich so, äh, der André, ich weiß noch nicht, aber jetzt zur Zeit finde ich seine Videos echt ganz cool und informativ besser als vorher, muss ich sagen. Ja, ich, ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch total den Gedanken, später im Ausland zu wohnen, ähm, aber, keine Ahnung, vielleicht im EU-Ausland, wo ich dann wirklich immer bleiben kann, weil wenn ich außerhalb der EU bin, ist es ja mit Einreisebestimmungen schwieriger, wenn man da sesshaft werden möchte. Ähm, ja. Tessa, woher kommst du? Du schreibst des, das hört sich nach Bayern an, oder Franken, oder so, aber hier hört sich eher nach Bayern an, meine Kumpels von Munich Flash, also Ray Fox und Flo West, die sprechen nämlich so und das finde ich hört sich voll nach Bayern an, so des. Ich finde es lustig, das finde ich cool, aber, jetzt merkt man immer hier, hier spricht keiner so. eine Arbeitskollegin, kommt aus Oberfranken oder so und die spricht nämlich so nicht, glaube ich, deswegen müsstest du aus Rheinland-Pfalz. Echt? Da sagt man das auch. Ja gut, wieder was dazu gelernt. Ähm, okay, Rheinland-Pfalz. Cool, ich wusste gar nicht, dass man da so auch das sagt. Ich finde das echt lustig. Ähm, aber, ja, mein Kumpel aus, aus München, der sagt auch immer Gell und so, das finde ich schon wieder abgespaced und die, die Großeltern von ihm, die versteht man gar nicht, das sind so Ur-Bayern, die einfach so ein Kauderwelsch reden. Ich habe kein Wort verstanden, als ich bei denen war. Rheinland-Pfalz, da war ich noch nie, glaube ich. Ne, da war ich noch nie, würde ich voll gerne mal hin. Ich wollte nach Darmstadt, weil da mein Onkel wohnt, aber schaffe ich dieses Jahr nicht. Ich schaffe es nur nach Köln, um da noch eine Woche zu sein. Und, ja, wer ist denn jetzt eigentlich noch so am Start? Das würde mich jetzt mal interessieren, ich kann es nämlich nicht genau hier sehen, wer jetzt noch am Start ist. Diese Tessa auf jeden Fall. Tobi bin ich mir nicht ganz sicher und Lilli auch nicht, aber viele Leute sind noch dabei, was ich echt cool finde. Ah, Vincent schreibt, und in Baden-Württemberg sagen sie Packmers bevor es uns sagt. Ja, das ist so ein kleiner Insider, den er hier rausholt. Packmers. Der Mensch ist so durch. Nein, ich mag den total. Du Otto, würde ich sagen. Du Otto. Okay, wir verfallen mal nicht in Insider. Gell sagt man auch in der Pfalz. Rheinland-Pfalz ist sehr sehenswert, meine Mini-Kleinstadt, aber eher nett. Okay. Ja, ich wohne auch in der Kleinstadt, da wohne halt nur so ein Familienhäuser. Da wohne ein Familienhäuser, genau. Da wohnen nur Familien und da ja, ist der Bauplatz teuer und man muss nach Berlin ziehen. Also ich muss wahrscheinlich dann danach nach Berlin ziehen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich finde Berlin jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich stehe eher so auf kleine Städte und das wäre halt irgendwie cool, wenn ich hierbleiben könnte, aber es ist sauteuer und das kann ich mir als Student danach nicht leisten. Ja. Rheinland-Pfalz. Ich muss gerade überlegen, wo das ist, aber ich weiß es. Rheinland-Pfalz, okay. Ich war auch noch nie in Baden-Württemberg, glaube ich. Das ist voll krass. Ich war noch nie im Saarland. Okay, da muss man vielleicht noch nicht unbedingt hin. Keine Ahnung. Saarlouis oder so. Ja. Okay, Leute. Wenn ihr noch ein, zwei Fragen an mich habt, dann haut die mal raus. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass ihr jetzt echt so lange hier am Start wart. Hätte ich nicht damit gerechnet. Eventuell versuche ich nochmal das Ganze hier irgendwie runterzuladen von Instagram und auf Facebook zu packen. Ist ja zwar hochkant gefilmt, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Genau. Ich werde jetzt erstmal für eine Woche in Sachsen unterwegs sein, in der Nähe zur tschechischen Grenze. Ein bisschen wandern, ein bisschen Kanu fahren, eventuell Wildwasser raften, klettern. und ja, zelten. Also mit Lagerfeuer campen und selbst kochen und so. Das wird cool. Ich bin gespannt. Ich werde auch ein bisschen was filmen und hoffe, da kommt was Geiles bei rum, weil ich nehme echt viel Equipment bei, äh, mit. Also auch eine Flycam, so wo, ich weiß, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht, wo einfach die Bewegungen total smooth sind, wo man die Kamera drauf sitzt und auch über Treppen laufen kann. Es sieht aus, als würde es hochschweben. Total geil. Habe ich schon jetzt, ähm, bei meinen Lost Place Videos benutzt. War absolut geil. Und es geht noch besser. Ich muss dann nur noch ein bisschen mehr Gefühl für bekommen. Und, ja. Und die liebe Tessa schreibt nochmal. Habe eigentlich keine Frage mehr an dich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war echt informativ, der Livestream. Gerne wieder. Sehr schön. Freut mich sehr, dass es dir, äh, gefallen hat. Ich hoffe auch, alle anderen, die dabei sind und dabei waren, dass es euch gefallen hat. Ähm, das war jetzt sehr spontan hier auf Instagram. Äh, cool, dass auf jeden Fall so viele Rüeha von YouTube gekommen sind. Und, ja, ich bin echt stolz, dass so viele hier rumgekommen sind. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche auf YouTube. Und, ich will nochmal darauf hinweisen, ich habe ja verschiedene Social Media. Ich habe Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Das war es dann auch. Wenn ihr Lust habt, folgt mir doch überall. Ähm, da gibt es immer unterschiedliche Infos. Das ist halt schwierig. Auf Twitter gibt es viele Kurznachrichten, die ich sonst nicht so teilen würde, die aber teilweise wirklich informativ sind. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, schaut vorbei. Snapchat werde ich jetzt auch öfter so Videos machen. Das habe ich mich bis jetzt noch nicht so getraut, ehrlich gesagt, weil, joa, da weiß ich nicht. Aber jetzt, glaube ich, jetzt habe ich meinen ersten Live-Steam hinter mir, da kann ich das ruhig mal machen. Und, ja, ich lage, nicht lagen schnagen, Kopf in den Lagen. Ähm, danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend und genießt die nächste Woche und wir sehen uns auf YouTube. Bis dahin, ciao. Das war's schon mit dem zweiten Teil des Live-Streams. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich richtig über den Daumen nach oben von euch freuen. Wenn ihr mehr Live-Streams sehen wollt, macht hier oben bei der Umfrage mit. Ähm, mir hat es wirklich viel Spaß gemacht mit euch und ich hoffe einfach, dass nächstes Mal noch ein paar mehr Leute dazukommen. Umso cooler wird es einfach. Das war's jetzt also komplett mit diesem Live-Stream. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Joa, bis dahin, ciao. Ciao.